Aber unabhängig davon, oder wie ich dann gelautet hätte, aber unabhängig davon steht sie für mich. Es wurde ja gerade schon angedeutet für mutlose oder auch etwas richtungsnichtweisende Zeiten. Für viele Leute steht sie aber leider für sehr schlechte Zeiten. Wenn ich da an Menschen denke, die sehr, sehr wenig verdienen zum Beispiel in diesem Land, obwohl wir ja so reich sind. Oder wenn ich an Menschen denke, die in Krisengebieten leben und die mit Panzerlieferungen überschüttet werden von Deutschland, dann würde ich sagen, sind es sehr schlechte Zeiten.